Willkommen beim heutigen Event in Okutama. Eine wunderschöne Rennstrecke. Peter, irgendwelche Tipps für die Fahrer? Es gibt nur einen einzigen Weg, um es bis zur Ziellinie zu schaffen. Seitlich. Die langgezogenen Kurven schreien förmlich danach, mit Gummi überzogen zu wirken. Da sollte man sich wirklich nicht zurückhalten. Danke, Peter. Lenken wir nun unseren Blick aus der Kommentatorenkabine auf die Rennstrecke, denn das Event geht in Kürze los. Rennstrecke. Rennstrecke. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018